Fast vier Jahre ist der Tod der Motorsportlegende Niki Lauderherr. Sein Testament hat Lauder offenbar nach 2007 nicht mehr geändert. Eine Regelung zur Witwe Birgit und den Zwillingen im Teenageralter gibt es lediglich in der Stiftungsurkunde der Privatstiftung Lauder. Sind ein Ehegatte bzw. die Kinder in einem Testament nicht berücksichtigt, haben sie nach österreichischem Recht Anspruch auf einen Pflichtanteil. Der für die Ehegattin, sprich Birgit Lauder, ein Sechstel des Vermögens ausmacht. Die Privatstiftung Lauder in der Niki Nationale bereits seit Ende der 90er Jahre seine gesamten Vermögenswerte von Häusern bis hin zu Beteiligungen bunkerte, hat ihr diesen Pflichtteil bislang nicht ausgezahlt. Mit verschiedenen Argumenten. Davon, dass Niki auf Ibiza lebte, war die Rede, weshalb im Streit um die Pflichtanteile die spanischen Gerichte zuständig seien. Zudem wollte die Stiftung die 44-jährige Birgit Lauder für erbunwürdig erklären lassen. Beides ist mit dem erlösenden Urteil vom Tisch. Die Richterin legte ausführlich den Lebensrhythmus der Formel-1-Legende dar und der lag eindeutig in Österreich. Niki wohnte und arbeitete hier, war in Kaffeehäusern anzutreffen, holte die Zwillinge regelmäßig von der Schule ab. Auch für die behauptete Erbunwürdigkeit gibt es laut Urteil weder Hinweise noch eine rechtliche Grundlage. Zudem ist im Urteil festgehalten, dass der Anspruch auf einen Pflichtteil dem Grunde nach besteht. Es geht demnach jetzt nur mehr um die Höhe des Anspruchs. Und der könnte im zweistelligen Millionenbereich liegen. Kaffeehäusern anzutreffen, dass der Anspruch auf einen Pflicht nimmt.